So, dann fangen wir doch mal mit StarTruck an, würde ich sagen. Ich mach mal hier ein neues Spiel auf. Ja, ich würde mal sagen Allrounder, was? Eine ausgewogene Mischung aus Transportwartung für Spieler, die ihren Multitasking-Fähigkeiten auf die Probe stellen möchten. Oh, komm. Machen wir das. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. So, wenn du das verlasse, lass mich mal gespannt. Ich hab nur kurz reingeguckt. Anzug. Was noch? Zack. Oh, es geht raus. Ein Höllenbruch. Ich bin mal gespannt. Oh, oh. Okay. Aha. Und... Okay. Ist hier noch was da? Hat schon riesen Dinge, ey. Wenn noch mal. Und zack. Cool. So repariert, dann mal zurück. Ein gutes, kleines Trucker-Ding. So. Rein da. Mal gucken. Äh... Nein. Ja. Gehen wir da ran. Füßen zu. Dann starten wir doch mal hier. Truck fliegen. Und... Alles gepflegt. Alles gepflegt. Klar. Benutze deinen CP-Funk, um mit anderen Truckern zu interagieren. Ja. Nimm das Mikrofon, wenn du dieses Symbol siehst. Ja. Halt die rechte Maustaste gedrückt, um eine Liste der Antworten zu sehen. Und drücke dann 1, 2 oder 3, um eine Antwort auszuwählen. Okay. 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 Spaced, um mit Hauptdüsen zu beschleunigen, drücke L-Shift um Bremsen und Rückwärtsgang. Okay. B, A, S, D. Ja. Und E, Linksrolle. Okay. Mit C sogar Außenweise. Okay. I'll get you where you need to go. Hm. Oh. And I'll catch you on the other side. Okay. It's. Aber ich mach erstmal von innen. Ah, der Kleine kommt in Gang. Bin ich mal gespannt, wie... Wie dieses Spiel dann ist. Sehr gespannt sogar. Sehr gespannt. Das sieht man gar nicht, dass man schon 120 irgendwie hier drauf hat. Äh, 180 Meilen hier drauf hat. Meiner 25 Meilen, ja. Okay. Sprungtore ermöglichen dir verschiedene Orte in der Galaxie zu erreichen. Ja. Wenn dein Truck korrekt ausgerichtet ist, wird das Sprungtor automatisch aktiv. Sobald alle Lampen grün sind, kannst du den Hebel für einen Knopf benutzen, um den Sprung auszuführen. Okay. Feuer frei. Auf geht das. Das schaffen wir alles, hoffe ich. Fliege deine Fratze ausgewiesene Abladezone, um einen Frachtvertrag abzuschließen. Abladezone ändert die Farbe, um anzuzeigen, dass sich der Anhänger innerhalb des sicheren Bereichs befindet. Okay. Jetzt bringen wir alles hin. Oh, ich bremse lieber schon mal ein bisschen. Halt hoch. Ja. Nein. Ah, nur schön langsam da rein. Wenn du lustest, gleich zu schrotten, ey. So. Stopp. Ja. Schalt das magnetische Riegelungssystem ab. Deines Trucks ab, um den Anhänger abzusatteln. Erfolgt mit Hilfe des Megalock-Hips. Ja. Okay. Zack. Erledigt. Cool. Oh, 753. Vorsichtiges Fliegen und frühe Lieferung. Drei Dollar. Immerhin. Gut. Das ist doch super. Erste Kohle gemacht. Cool. Okay. Aber wenn du dich fühlst, wie du etwas von diesem hart-earnten Geld spielst, gehst du auf die Palmview-Station. Ja. Genau. Du findest, dass wir Supply haben, ein paar Jobs auf dem Board und der beste Home-Cook-Soyer-Protein. Dies ist der Alpha Centauri. Okay. Nachdem du die Grundlagen erlernt hast, haben wir die Armaturen-Brett-Steuerung und die Grund-Truck-Systeme aktiviert. Okay. Weitere Einzelheiten findest du im Benutzerhandbuch in deinem Handschuhfach. Viel Spaß beim Trucken. Danke. Bin gespannt. Bin gespannt. Ich hab nur einmal kurz reingebracht. Ich hab ungefähr 10 Minuten gebraucht, um da anzudocken. So. Liegen wir doch mal da hin. Nach einem Video. Da, 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 da. Oh, oh. Offenbarst du eine Strafe aufgrund eines Flugvergehens. Weiße. Behörderstrafen ist je nach Vergehen unterschiedlich. Okay. Die umfassenden Rücksicht für Fliegen-Zusammenstöße und angemessenes Verhalten gegenüber Behördenvertretern. Ja, Entschuldigung. Das war aus Versehen. Obst benutzt die Andock-Kamera. Ja, mach ich. Okay. Mach ich. Boah, bremsen. Okay. Hoch. Ein kleiner Hochschul hoch. So. Gottes Willen, ey. Mal sehen, ob ich das hinkrieg hier. Ist das nicht das Ding? Oh Gott. Achtung. Doch, da ist es doch. Ich muss noch höher. Warte. Warte. Das sollte ja jetzt eigentlich passen. Ich bin gespannt. Das sollte ja zöpfen. Scheiße. Ah. Ich muss jetzt mal ein Spiel. Ich hab zu oft diese Taste wieder mal gedrückt. So. Mal langsam ran. Und bang. So, geschafft, cool. Ja, okay. Annehmen. Verliefung. Verliefung innerhalb von drei Stunden. Gut. Okay. Habe ich jetzt getan? Wo muss ich jetzt hin? Den Pressgate. Last I heard it was in a parking lot out there. Nowhere in the galaxy, you hear that? All clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear. Our own set of apple ears. Alright, alright. You caught me. Just read in the mail here at the pit stop. Those sheriff instincts die hard, don't they, old bear? Okay. Ich weiß nicht, was ich scheiße baue, aber ich baue scheiße. GB has been calling Lucky J on account of their recent escapades. Oh yeah? Got yourself a green apple, Dusty? You know me. Always got time to help a newcomer. So, wo sie aber einmal gucken. Right. I'm gonna get going, lads. I got a cold drink. That's gonna go. I'm about... Da steht's. Eilieferung. Begib dich nach Medusa 6. Aber erstmal muss ich tanken hier. So. Zack. Aha. Bankenstaaten. Gut. Zack. So, jetzt nach Medusa 6. Wo sind der Kram Medusa 6? Ah, oben. Okay, dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Dings. Auf geht's. Dann fahren wir doch mal nach Medusa 6, würde ich mal sagen. In dem richtigen Track der richtigen Erfernungen an und um den Punkt zu erdecken. Also, bei Limma, sorge dafür, dass du vorhin ausgerichtet bist. Achte auf die Stoppschilder. Okay. Denk daran, Tore zwischen Fohlen und manchen Sektoren bleiben inaktiv. Bist du eine Freigahrzeile? Okay. Oh, oh. Brems, 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 brems. Oh, oh. Ja. Wunderschön. So, und jetzt? Aha. Okay, reingefuchst. Reingefuchst. Cool. Okay. Jetzt Bucht MEM1. Ist jetzt Bucht MEM1? Da ist meine Fracht. Okay. Ein Kilometer noch. Dann haben wir unsere Fracht. Wunderschön. Ja, geht mindestens einer. Deiner Truck-System ist niedrig. Aber auch. Racht darauf, Energiezeichen regelmäßig zu ersetzen, um Systemausfälle für Zurückung beauftragen oder deinen Tod zu... Okay. Kriege ich hin. Gleich. Warte. Erstmal. Erstmal so. wechseln. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Keine Sorge. Halt. Gut. Okay. 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 Oh, okay. Was mit Tab? Reist du jederzeit auf die Galaxie-Karte? Hier kannst du Lieferrouten planen und dir Informationen über Orte ansehen. Okay. Da wollen wir hin. So. Also jetzt soll ich noch Medusa 6 oder was? Ja. Okay. Okay, aber erstmal muss ich hier gucken. Irgendwo ist doch was Schrott. Irgendwo. Wo ist denn was? Offenbar kein Schwerer. Ja, okay. Ja. Wir finden sie außerhalb der Treppe. Ja, 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 ja. Ich hab ja hier ne neue. Oh Gott. Nein. Ich will die haben. Gib mir die. Ja. Und. Okay. Aua. Ist ja gut. Ja, scheiße. Glaub mich doch. Ist in Ordnung. Ja, aber wie soll ich denn fangen hier? Jetzt? Ah. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wir haben es geschafft. Okay. Okay. Ich muss nicht schlecht. Ach, ich wieder mit dem blöden Kram. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Es wird besser, es wird besser. Okay, es wird besser. Wunderbar. Ebenso. Wollen wir mal zur Abladezone, würde ich mal sagen. Wunderbar. Es geht nach unten und es nach oben. Das ist ein bisschen, naja, nicht gerade ein bisschen blöd. Okay. Was ist das? Zack. Fahrlässiges Fliegen? Unprofessionelles Verhalten? Hä? Wieso fahrlässiges Fliegen? Hm. Nein, ja gut. Wadah.